Die Formel 1 stellt sich aktuell selbst ein, zwei Beine, sie könnte viel, viel besser sein als sie aktuell ist. Die Grundlage dafür, die ist richtig gut, aber erst einmal hallo da seid's und willkommen zum Wurzeln Sonntag mit dem Sendeplan der Kalenderwoche 41. Die Formel 1 könnte aktuell richtig, richtig gut sein, also die Grundlage, das Grundkonzept dieses technischen Reglements, das ist, wie ich finde, der richtige Schritt gewesen, allen voran, dass man einfach die Aero vereinfacht hat und dass die Fahrzeuge einfach besser einander folgen können. Das ist auf jeden Fall ein absoluter Pluspunkt, aber es gibt so viele, eigentlich nicht Kleinigkeiten, eher schon Großigkeiten, die laufen einfach ziemlich verkehrt, zumindest in meinen Augen. Ein großer Punkt ist da die inkompetente Rennleitung und das schon seit Jahren. Selbst als Charlie Whiting noch das Zepter in der Hand hatte, lief schon einiges ganz schön verkehrt. Ich gedenke dann nur an Vettel und Ricciardo und Verstappen im Jahr 2015, Mexiko, nur mal so als ein Beispiel. Verstappen, der allen voran in der Saison ständig auf der Bremse nochmal die Linie gewechselt hat und damit immer durchgekommen ist. Und dann macht das Vettel einmal gegen Danny Ricciardo und bekommt dann auch prompt eine Strafe. Das war ein so ein Punkt, aber inkompetente Rennleitung, das zieht sich jetzt schon seit einigen Jahren ganz schön durch den Verkehr. Ich gedenke da nur an das Saisonfinale 2021 in Abu Dhabi. Das war ja sinnbildlich. Allerdings muss ich dazu auch sagen, ich fand das Saisonfinale dann auch wiederum gut, denn es lief einfach zuvor in der Saison schon einiges verkehrt, allen voran auch gegen Verstappen. Und ja, demnach fand ich das Saisonfinale in Abu Dhabi gar nicht mal so verkehrt. Auf jeden Fall war es das I-Tüpfelchen auf einer ziemlich verkorksten Saison. Ich meine, die Strafe gegen Hamilton in Silverstone 2021, die war ja total für den Popes. Und dann finde ich das einfach ein gelungener Rückschlag in Abu Dhabi. Also ich fand mal ganz nebenbei das Saisonfinale 2021 fand ich einfach grässlich. Also unsportlicher konnte man einfach eine WM nicht entscheiden. Man lässt ein paar Autos, die eben zwischen Hamilton und Verstappen liegen durch und die anderen hinten nicht und startet dann in der letzten Runde nochmal das Rennen. Eben die anderen nicht noch mit durchgewunken, damit man eben gerade so noch eine Runde hinbekommt, damit man nochmal einen richtigen Thriller hin zaubern kann. Aber das war in meinen Augen alles andere als sportlich. Das war absolut mehr Schein als sein. Und das ist auch so ein Punkt, der mir an der aktuellen F1 nicht gefällt. Die in Anführungszeichen Show steht im Vordergrund. Für mich sollte oder in meinen Augen sollte das Rennfahren an sich einfach im Vordergrund stehen. Und bei den letzten Rennen lief auch einiges verkehrt in Sachen Rennleitung. Ich gedenke da an Monza. Da ist ein Danny Ricciardo gegen Ende ausgefallen und der musste erstmal weggebracht werden. Und das hat gedauert. Aber dann hat man das auf die Kette bekommen und hatte noch einige Runden Zeit. Dann fängt man erst sehr spät an, ein paar Autos wieder sich endrunden zu lassen. Ein paar Autos, nicht alle. Man konnte das Rennen am Ende nicht neu starten, weil man eben wieder nur ein paar Autos vorbeigelassen hat. Und dann tauscht man von 2021 den Rennleiter aus und führt 2022 zwei Rennleiter ein. Was ich ja auch als Grundidee total Banane finde. Ich meine zwei Köpfe und dann sind sie auch nicht bei jedem Rennen dabei. Das kann doch nur schief gehen. Und es hat sich eben zum Saisonfinale 2021, speziell zu Monza 2022, einfach überhaupt nichts gebessert. Im Gegenteil. Man hat den gleichen Scheiß nochmal gemacht mit man lässt nur ein paar Autos vorbei und nicht alle und dann kann man das Rennen wieder nicht starten. Oder Singapur, das letzte Rennwochenende. Man lässt die Strecke wieder, in Anführungszeichen, abtrocknen. Klar, selbst gegen Rennende war die Strecke nicht wirklich trocken, aber man lässt die Strecke trockener werden und nimmt damit dann auch den kleinen Teams einfach die Chance, ein richtig gutes Ergebnis einzufahren. Denn solche besonderen Rennen wie Regenrennen, in Anführungszeichen Chaosrennen, das ist die Chance für kleine Teams einfach mal was zu reißen, ein besonderes Ergebnis herauszufahren. Wenn der Fahrer und das Team einfach alles auf die Kette bekommt und vorne der ein oder andere, der sonst immer locker ums Podium mitfährt, einfach patzt. Das hat man genommen. Man hat die Spannung der Fans eines Regenrenns genommen, denn je mehr Wasser auf der Strecke und es war fahrbar, umso besser, weil dann ist einfach mehr los, dann kann einfach viel mehr passieren. Man hat den Fans vor Ort ein spannendes Regenrennen genommen. Es war zwar immer noch nass und da ist auch etwas, einiges passiert, aber da würde ich mir als Zuschauer vor Ort ziemlich verarscht vorkommen. Ich gebe eine Menge Geld aus und dann ist es mal nass und dann bekommst du sowas eine Stunde warten vor die Nase gesetzt und dann eben Spannungsabbau, weil das Rennen einfach nicht mehr so nass und damit weniger spannend ist. Also es sind viele Sachen, ich will mich jetzt gar nicht an noch weiteren Details aufreiben, aber das sind mal so die ganz groben Beispiele, die mir, wenn ich an inkompetente Rennleitung denke, einfach so denke. Ein anderer Punkt, der in der aktuellen Saison sehr besonders ist, das ist das DRS. Das ist ja schon in meinen Augen seit Anbeginn einfach ein Graus. Also ich bin alles andere als ein Freund von DRS. Das ist nämlich in erster Linie einfach unfair in meinen Augen, eben für den vorausfahrenden, weil der Hintermann dann einfach den Arsch aufklappen kann und mit Leichtigkeit mehr oder weniger vorbeifahren kann. Aber in der aktuellen Saison, wo die Autos einfach viel einfacher zum Hinterherfahren geeignet sind, da ist DRS in meinen Augen viel zu übertrieben geworden. Das war schon die letzten Jahre in meinen Augen sehr übertrieben, aber jetzt noch mal ein paar Schippen obendrauf gelegt in Sachen Übertreibung. Ich meine, man hat es schon beim ersten Rennwochenende in Bahrain gemerkt. Da wurde auf einmal im Mittelsektor, wo keine DRS-Zone ist, einfach überholt, weil man auch auf der Gegend geraten. Gut, da ist eine DRS-Zone, aber da gab es dann vermehrt Überholmanöver, weil die Autos einfach viel besser einander folgen konnten. Und das war für mich schon der erste Punkt für aufgepasst. Das DRS sollte dann zukünftig bei den anderen Strecken dann eingegrenzt werden. Da hat man im Albert Park sogar darüber nachgedacht, eine vierte DRS-Zone zuzufügen. Das kam am Ende zum Glück nicht so, aber anstatt das DRS einzudämmen, wird man das Ding auch noch eher ausbauen wollen. Und jetzt selbst in der aktuellen Saison, die ist jetzt fast am Ende, hat man noch nicht einmal ernsthaft etwas ausprobiert, das DRS einzugrenzen. In meinen Augen ist es total übertrieben, weil es kommen Überholmanöver zustande und ich sehe, ah, Hintermann ist unter einer Sekunde dran und DRS ist sowieso freigegeben, weil gerade kein Regen oder die ersten Runden von irgendwas vorbei. Und dann winke ich praktisch schon ab, weil das anbahnde, sich anbahnde Überholmanöver, das wird einfach sterbenslangweilig, weil der Hintermann in sagen wir einfach mal 85 Prozent der Fälle einfach vorbeifährt. Und das ist einfach kein richtig packender Rennsport in meinen Augen. Es ist einfach nur vorbeiwinken, vorbeifahren am Vordermann. Mir gefällt die aktuelle Saison, insbesondere mit dem technischen Reglement, aber wenn sich da ein Überholmanöver anbahnt, dann ist es meistens so, dass es mich nicht wirklich packt und ich schon vorher abwinken konnte. Das ist, wie ich finde, sehr sehr schade. Wie ihr vielleicht wisst, mag ich den Spruch, mehr ist immer gut. Sehr, oder? Aber jetzt komme ich wieder, den Spruch kennt ihr auch, weniger mehr ist immer gut. Den bringe ich jetzt wieder und da spreche ich einfach mal auf die Rennen an, die wir auch in Zukunft nächstes Jahr sehen werden. 24 Rennen. Na, könnte man doch meinen, da sind ziemlich viele geile Strecken dabei. Haben wir eine Strecke in Deutschland oder eine in Frankreich? Also in Deutschland schon seit einiger Zeit nicht mehr und Frankreich ist nächstes Jahr auch nicht mehr dabei. Deutschland und Frankreich haben keine Rennen mehr im Rennkalender. Das ist für mich einfach auf jeden Fall der Weg in die falsche Richtung, denn Frankreich und Deutschland sind in meinen Augen ein fester Bestandteil der Formel 1 und eben auch wichtig. Wahnsinn der Vergangenheit und sollten sie allen voran auch in der Zukunft sein. Und dass die jetzt keine Rennen mehr haben, das ist, wie ich finde, sehr bedenklich. Aber dafür gibt es in der nächsten Saison drei USA-Rennen. Ich weiß, Liberty Media und eben die USA ist groß. Drei USA-Rennen. Okay, aber nee, wenn dafür Strecken wie zum Beispiel Portimao nicht dabei sind oder die Strecke in der Türkei oder der Nürburgring oder Hockenheim oder sogar Le Castelleden. Ich finde die Strecke zwar optisch wirklich schrecklich, aber sie fährt sich toll. Und die Rennen fand ich da auch toll, weil es da eben relativ wenige im Vergleich zu den anderen Rennen über Holvone war gar. Das finde ich sehr schade, dass da einige Strecken einfach außen vor bleiben und dafür mehr Stadtrennen, beziehungsweise auch Nachtrennen reinkommen. Das sage ich ja auch schon seit ein paar Jahren. Weniger mehr Nachtrennen ist immer gut und weniger mehr Stadtrennen ist auch gut, denn ich mag Monaco und Singapur und insbesondere das Nachtrennen in Singapur. Ein absolutes Highlight in meinen Augen, aber je mehr Nachtrennen und je mehr Stadtrennen, desto mehr nutze ich das in meinen Augen ab und ich bin sowieso ein großer Freund von Naturstrecken. Strecken, die einfach in die Natur gepflanzt wurden, wie damals einfach Spa oder Imola, wo es Berg- und Talfahrten gibt, wo sich einfach der Streckenverlauf der Umgebung anpasst. Und nicht einfach eine Strecke, die sich einfach dem Straßenverkehr, eben der Straßenführung anpasst. Das ist, ich finde, auch sehr schade. Und dann gibt es da noch die Sprintrennen. Das ist mein persönlicher Punkt 4. Sprintrennen sind in meinen Augen ziemlich langweilig, weil sich einfach keiner ein großes Risiko traut. Sie trauen sich im Sprintrennen nicht so viel, die Fahrer. Und warum? Naja, denkt mal drüber nach. Man könnte ja im Rennen weiter hinten starten, wenn man irgendeinen Scheiß im Sprintrennen macht. Und im ganz normalen Rennen, da gibt es einfach viel mehr Punkte. Und wenn man jetzt im Sprintrennen, wo es nicht so viele Punkte ein Risiko... Wenn man da ein Risiko eingeht, dann geht es im normalen Rennen nach hinten, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Punkte einfach geringer. Und in meinen Augen werten die Sprintrennen Qualifying und auch das Rennen einfach ab. Ich meine Qualifying, klar, weil die Startaufstellung wird nun mal durch das Sprintrennen gegeben. Insofern ist das Qualifying auch nicht mehr so toll. Und das Rennen auch nicht, weil sich eben dieses Gefüge der Stärken einfach schon im Sprintrennen herauskristallisiert. Die Überraschung fehlt, denn vor dem Rennen weiß man nicht, ja, wie kommt das eine Team, das eine Auto, der eine Fahrer, einfach im Rennen zurecht? Reifenfressend, ja oder nein? Das zeigt sich schon im Sprintrennen. Und die eher langsamen Teams, die werden dann schon vor dem Rennen einfach nach hinten geschoben. Weil die Teams, die normalerweise weiter vorne stehen, die sortieren sich eben schon im Sprintrennen weiter vorne ein. Also Sprintrennen entwerten, Qualifying und Rennen und sind in meinen Augen ziemlich langweilig, weil man eben den Fahrern anmerkt, wie sie einfach weniger Risiko eingehen, weil sie einfach wissen, hey, wenn ich es hier im Sprintrennen verkacke, dann sieht es fürs Hauptrennen, wo es eben die großen Punkte gibt, ziemlich düster aus. Und bei dem ganzen Gemecker und dem Gemotze könnte man jetzt meinen, ja, warum guckst du denn die Formel 1 überhaupt noch? Ja, ist ein gewisser Punkt, aber letztendlich ist es die Formel 1 und da bin ich sehr verbunden und ich habe die Hoffnung, dass es noch besser werden wird. Tendenziell, zumindest so sieht es aktuell aus, wird es sogar noch schlimmer, aber die Formel 1 ist mir sehr wichtig. Sie begleitet mich schon seit so vielen Jahren und es ist einfach auch traurig und schade, was da für eine Richtung eingeschlagen wird. Also einerseits gut, mehr Rennen und Sprintrennen, das ist so eine Grundsatzfrage, wobei, wenn ich so auf YouTube schaue, wenn es dann einfach um Sprintrennen oder generell um einen ausgedehnten Rennkalender geht, wenn ich da die Kommentare so durchlese, dann gibt es bedeutend mehr, die einfach sagen, oh ne, Sprintrennen und noch mehr Rennen, oh ne. Das ist zumindest das, was ich so mitnehme und da stehe ich also gar nicht so alleine da. Und dann noch Sachen wie die Rennleitung, die kann man zur Zeit und eben schon seit vielen Jahren so ziemlich komplett vergessen, denn man könnte vorab Wetten abschließen. Was verkacken die heute? Ja, dass sie verkacken ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, aber was genau, das ist schwierig, weil teilweise kommen da so banale Sachen bei rum. Und das ist, wie ich finde, auch sehr schade. Und der ist, ja, Überholmanöver nicht mehr so spannend. Auch schade, das ist ein Punkt, den ich gerade an Grand Prix sehr, sehr, äh, den ich an Grand Prix 4 sehr genieße. Die Überholmanöver sind einfach was wert, man erkämpft sich einen Platz und zwar fair. Der Hintermann ist schneller und er kommt vorbei, weil er einfach von Haus aus schneller ist. Und wenn er nur leicht schneller ist, dann muss er sich einfach anstrengen, vorbeizufahren. Aber es ist nicht so, so unfair, dass der Hintermann einfach den Arsch öffnet und dann am Vordermann vorbeifährt. Und zwar mit Leichtigkeit. Das ist bei Grand Prix 4 eben bei der Formel 1 Anfang des Jahrtausends nicht so gewesen. Ich will auf gar keinen Fall sagen, dass die Formel 1 zu Beginn des Jahrtausends einfach das Goldene vom Ei war. Überhaupt nicht. Ich gedenke da nur an der Verbrauch von Motoren und so weiter und so fort. Der war viel zu hoch. Ich meine, die konnten da noch jede Session ein neues Teil einbauen. Die konnten im Grunde im Training einen Motor einbauen und dann zum nächsten Training den wechseln, zum Qualifying den wechseln, zum Rennen wieder wechseln. Vier Motoren an einem Rennwochenende war da gar kein Problem. Und auch Fahrhelfen, Fahrhelfen gehen in meinen Augen zum Beispiel auch überhaupt gar nicht. Das sind auf jeden Fall zwei Punkte, die mich zum Beispiel an dieser Zeit einfach sehr stören. Aber die Formel 1 zur Zeit, die macht sich das Leben einfach selbst leider ziemlich schwer. Das ist, wie ich finde, ein ziemlich gutes Schlusswort. Die Formel 1 macht sich das Leben selbst leider sehr schwer. Naja, DS, inkompetente Rennleitung. Mit den Rennen gut ist es Geschmackssache, genauso wie Sprintrennen. Naja. Aber, das will ich jetzt nicht so als Schlusswort stehen lassen, denn ihr wisst, was jetzt noch kommt. Und ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne neue nächste Woche. Habt einfach viel Spaß mit dem Assitut. Vielleicht bei dem ein oder anderen Punkt, dem ihr zur Zeit an der Formel 1 nicht schmeckt, teilen, oder? Vielleicht beim euch selbst Gedanken machen, wie geil die Formel 1 sein könnte, wenn man das und das umsetzt. Aber Vorsicht, wenn das nicht umgesetzt wird, dann entsteht Frust. Und das könnte dann auf lange Sicht nicht so spaßig sein. Aber, ich denke schon, ihr wisst, wie man eine geile Zeit habt. Und das ist eben wichtig. Hauptsache, ihr habt eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.